Heute gab es mal wieder eine Ansage von Jim Dalrymple, der hat eine Information bekommen, die man sich vielleicht schon hätte denken können, nämlich dass die Entwicklung von Aperture eingestellt wird. Das war also das Fotoverwaltungs- und Bearbeitungsprogramm, so die Pro-App, eine Stufe über iPhoto und die hat ja durchaus auch eine lange Vernachlässigung hinter sich. Ja, also da ist das letzte Update schon ein Weilchen her, ich kann gleich nochmal nachschauen, wie lang, aber jetzt ist Schluss und es wird also iPhoto und Aperture auf dem Mac wird zusammengefaltet in diese neue Fotos-App. Was interessant ist, oder? Also wird die Marke iPhoto irgendwie auch sterben? Also wird das alles einfach Fotos? Ja, sieht so aus. Also iOS würde das ja auch mit sich ziehen dann, also sehr komisch. Es gibt so einen Screenshot von iOS, wo drin steht, deine iOS 5-Foto-Bibliothek wird umgezogen, geh zu Fotos. Ja, ja, ja. Also, das ist interessant, weil die App, die ist ja gar nicht so alt. Die ist ja durchaus, die ist ja gerade nochmal überarbeitet worden mit irgendeiner iOS-Release-Version, oder? Die ist doch gerade neu mit iOS 7 gekommen oder so. Oder erinnere ich mich da falsch jetzt? Ja, sie kam irgendwann mit einem recht großen Update, aber ich kriege es jetzt auch nicht mehr zusammen, wie lang das schon hier ist, muss ich ehrlich sagen. Ob das wirklich mit der iOS 7 zusammengefallen ist, kann aber schon sein, ja. Nein, das ist interessant. Naja, dass das jetzt alles in Fotos aufgehen soll, ist natürlich, dass du halt so eine App für eher so den normalen Anwender und den für den Pro-Anwender, ein Programm, was ja mal mit Lightroom konkurriert und so, zusammenfassen möchtest in eine App, die beide Zielgruppen gleichermaßen bedient ist, glaube ich, schwierig. Also, ich stelle mir sowas vor, das könnte super gut für mich passen. Also, ich glaube, das wäre so ideal für mich, aber so jemand, der wirklich professionell irgendwie Fotos schießt und gewisse Werkzeuge braucht, ich kann mir schon vorstellen, dass das für den da nichts mehr ist. Also, Aperture Version 1 kam 2005 und das letzte Größere war also Aperture 3.0 Februar 2010 und so die letzte größere Feature-Geschichte, die ich hier sehen kann, ist so die eine Bibliothek für iPhoto und Aperture zusammen, das war 2012. Und seitdem sind halt so Kleinigkeiten, Mountain Lion-Kompatibilität und solche Sachen dazugekommen, aber jetzt nichts Größeres an Features 3.4 hat dann Fotostream-Integration noch verbessert und so Kleinigkeiten. Es wird auch noch ein Update zur Kompatibilität für das nächste macOS-Betriebssystem geben. Also, aber trotzdem, das Ding ist durch. Das braucht man nicht mehr irgendwie lange. Genau, es ist jetzt wenigstens offiziell, dass es durch ist. Das Update kommt, damit alle umziehen können, aber es ist nicht, um das Ding noch zum Leben zu halten, glaube ich. Ja, und Gruber sagt auch richtig, es gibt zwei Reaktionen, so mehr oder weniger, so ja endlich, war eh klar. Und das andere sind halt leider die Anwender, die es erwischt, die auf das Ding setzen oder gesetzt haben und jetzt halt möglicherweise seit 2005 ihren Kram damit verwalten. Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, aber das passiert halt leider auch, ne? Klar, ja. Ey, ich, ja. Irgendwann kommt halt irgendwie der, musst du halt wahrscheinlich den Erschluss fassen, was ist das Beste für die meisten Benutzer. Und ich glaube, das Urteil hat, also die Entscheidung hat zu dem Urteil jetzt geführt, so wie es jetzt ausfällt. Aber diese neue Fotosnummer auf Mac ist ja noch irgendwie eine total, da wissen wir noch gar nichts drüber. Also das war ja so eine ganz komische, für Apple-Verhältnisse komische Vorankündigung, die wenig gezeigt hat, die so eine kurze Demonstration bekommen hat auf der WWDC-Keynote und die auch erst auf 2015 uns ereilt. Ich bin mal gespannt, wie dann die ganzen neuen Produkte starten ohne diese ganze Fotogeschichte. Und also ja, aber das Aperture dann jetzt im Vorfeld und, aber iPhoto war auch extrem lange, also iPhoto war ja schon das Programm, was Fotos einfach groß gemacht hat, ne? Das war das Aushängeschild auch für den Mac, so über Generationen. Du kriegst halt einfach eine coole Fotoverwaltung. Ja, aber das hat sich doch auch verändert, weil damals iPhoto musstest du wahrscheinlich teilweise noch scannen, um deine Fotos reinzukriegen, ja? Da hattest du noch keine Digitalkameras. Und jetzt mit Telefonen ist es nochmal anders, wie du Fotos machst und wie oft du Fotos, wie viele Fotos du machst, als mit einer Digitalkamera, wo du SD-Karte hin und her und machen musst. Der normale Anwender wird wahrscheinlich auch gar keine Fotos mehr manuell sortieren oder in Alben sortieren oder so. Ja, um Himmels Willen. Ja, nee, aber das ist ja, und das kannst du zum Beispiel, heutzutage kannst du es auch, das habe ich, glaube ich, schon mal irgendwie vor ein paar Sendungen gesagt, du kannst es keinem mehr erklären. Wenn du wirklich der Fotos in iPhoto reinhaben möchtest, dann geht das über den Fotostream. Oder, ja, du kannst die iPhoto-App aufmachen und kannst importieren von deinem iPhone beispielsweise. Wenn du aber Fotos von deinem Mac zurück aufs iPhone haben willst, geht es nicht über die iPhotos ab, sondern musst es über iTunes machen. Und das versteht kein Mensch. Also es ist völlig konfus, der Stand der Dinge jetzt im Moment. Deswegen ist es, da muss schon was dran gemacht werden. Ich wollte nur nochmal betonen, iPhoto ist, war einfach, war bei seiner Tage eine große Nummer. Ja, ja, auf jeden Fall. Also das, glaube ich, braucht man, kann man nicht in Abrede stellen. Und es ist nicht so wie Aperture, was auch dann an sich selbst so ein bisschen gescheitert ist, ja, an der Performance und dass die Konkurrenz einfach so meilenweit voraussprintet, sondern das ganze Konzept hat sich halt auch überholt. Also, dass Leute halt die Sachen auf, ihre Fotos noch auf Rechner sichern und so. Vielleicht ist das nicht mehr so das Ding, aber das ist zumindest im Wandel. Und daher muss man das neu denken. Das ist natürlich nicht für alle so. Also es gibt natürlich die Profi-Anwender, ja. Das darf man auch nicht vergessen. Aber die sind halt an der Stelle wahrscheinlich nicht der Fokus. Nee, absolut nicht. Da braucht man sich, glaube ich, auch keine Illusionen zu machen. Und du kannst dich auch schon fragen, ob bei Aperture wirklich Profi-Anwender der Fokus waren. Also ich, das, ja, also bei iPhoto ja schon mal definitiv nicht. Bei Aperture vielleicht Mini-Segment des Profi-Marktes. Also ja, ich kann da nicht ernsthaft für die Profi-Protografen sprechen, aber das erscheint mir bei Aperture doch nur an der Grenze gewesen zu sein. Vielleicht mal ganz am Anfang, aber nicht lange. Und insofern für den End-End-Anwender oder den vielleicht auch ambitionierten iPhone-Fotografen ist es, glaube ich, mal sinnvoll, dieses Irrsinnsgewirr anzugehen. Und das ist ja mit der iCloud-Fotobibliothek schon der erste Schritt, mal überhaupt das in Angriff zu nehmen. Und ich bin auch mal gespannt, was, wenn, natürlich kannst du die Fotos-App auf dem iPhone auch lokal benutzen. Also du musst die iCloud-Fotobibliothek nicht aktivieren. Es ist ja interessant, ob zum Beispiel auch, wie die Anbindungsseite dann auf dem Mac aussieht. Ob dann dieses Fotos, die Fotos-App auf dem Mac, ob die dafür gedacht ist, einfach mit der iCloud-Fotobibliothek zusammenzuspielen oder ob die auch dafür gedacht ist, lokal, nur lokal zu arbeiten, wenn du so möchtest, ob das optional ist. Also ich meine, vielleicht hat Apple auch aus diesem wilden Drama um den entfernten lokalen Sync in iTunes gelernt, dass Leute nach wie vor Sachen gerne auch vielleicht lokal auf ihren Geräten machen wollen. Mal sehen, was das für dieses, weil ich meine, iFoto war ja dediziert Offline-Programm, wenn du so willst. Natürlich wurden da so ein paar Sachen dran geklatscht und Fotostream wurde irgendwo noch hinten dran gehängt und all der Krempel kam ja dann im Laufe der Jahre hinzu. Aber iFoto ist ja noch so richtig klassische Software. Die ist halt dann in dem Fall mitgeliefert gewesen, aber die ist einfach, die ist auf deinem Computer, da tust du deine lokal vorliegenden Fotos rein und dann macht die so ein bisschen rum und versucht Gesichter zu erkennen, das passiert alles lokal. Stundenlang. Rattert vor sich hin, erkennt irgendwie Babyfotos, nimmer dieselben Omas, Babys, alles dasselbe. Aber ja, wurscht. Nee, die fand ich gar nicht so schlecht, die Gesichtserkennung, wenn man die ein bisschen trainiert hat. Hat sie doch, fand ich, manchmal erstaunlich, bis sie dann immer anfängt, irgendwelche Baumfotos mit einzusortieren. Aber das ist okay. Gott sei Dank. Du bist noch glücklich, dass die Erkennung noch nicht zu gut ist. Ja, ja, auch da greift wieder die Facebook-Regel. Ja, es ist gut, solange die mir keine relevanten Sachen liefern, ist es sehr beruhigend alles. Solange die Technik noch nicht allzu überzeugend ist. Und sie haben auch gleichzeitig angesagt, dass Final Cut und Logic am Leben bleiben. Und da kam auch direkt zum Beweis noch ein Final Cut Update heute danach, was irgendwie auch neuen Codec und Kram, also ich glaube, da sind sie noch dabei, um irgendwas zu haben, was den Mac Pro füttern kann, glaube ich. Ja, aber das ist ja auch wirklich was, was sie jetzt, ich meine, da gab es ja auch die große Diskussion, natürlich mit Final Cut, mit dem Neuanfang und dem sehr harten Schnitt, der da mit einherging. Aber Apple war da ja schon immer recht mutig, was diese Schritte anging. Und ich glaube schon, dass sie bei Final Cut noch, dass da auf jeden Fall die Ambition da ist. Und da hat man ja gesehen, dass die Ambition da ist, auch wenn die vielleicht am Anfang sehr schmerzhaft war für viele Nutzer, die Ambition, was Neues zu machen oder was Neues auszuprobieren. Und bei Aperture wirkte auch diese, man wusste ja nicht, wo da war einfach, da ist ja nichts passiert. Das heißt, dieser schmerzhafte Schritt besteht halt jetzt bei Aperture einfach da drin zu sagen, so, das Programm ist halt tot. Ich werde, glaube ich, nächste Woche, Marquardt ist zufällig in der Stadt, da werde ich ihn mir vielleicht noch schnappen und nochmal mit ihm drüber reden, wie er das sieht. Ja, das ist sehr schlauer. Weil ich glaube halt, der Standard ist halt auch einfach Lightroom geworden. Weil die, die haben da permanent dran gearbeitet. Da sind auch die, die Updates von 3 auf 4 auf 5 sind eigentlich minimal. Also das sind Kleinigkeiten. Du kannst ohne Probleme, auch unsere Workshops, die sind jetzt für Lightroom 5 und 4 und 3, kannst du kreuz und quer benutzen für alle Versionen, weil das Prinzip ist das gleiche geblieben. Die haben da jetzt nicht besonders große Innovationen von Version zu Version, sondern ein paar kleine nette neue Features. Du kannst immer mehr Sachen, mehr Photoshop-ige Sachen machen, die du halt bisher einzeln in Photoshop machen musstest. Aber ich hoffe auch, dass sich jetzt, ich hatte den Eindruck damals, dass Lightroom doch auch im Preis runtergekommen ist, so ein bisschen in die Nähe von Aperture, dass der Adobe jetzt nicht auf Ideen kommt. Wir wissen jetzt alleine und da können wir doch jetzt einen neuen Mietpreis drauf machen. Und ihr wisst schon, die Adobe-Lizenzpolitik ist ja doch etwas eigen, nicht wahr? Ja, vor allem, ich denke, der nächste große Schritt, der halt fällig ist, was Fotos und Fotoverwaltung und Fotosortieren angeht, ist halt, dass die Suche kommt. Und Apple geht ja jetzt ein bisschen in die, macht ja den ersten Schritt in dieses Fotosuchgewässer. Und das muss ja auf lange Sicht gelöst werden, dieses Problem. Weil ich glaube, du kannst von einem Endanwender, bei einem Profifotografen ist ja noch was anderes, der hat natürlich eine gewisse Motivation, seine Sachen zu verwalten und die ernsthaft zu sortieren und zu kategorisieren und einzuordnen und so zu hinterlegen, dass die gesichert und wieder auffindbar sind. Aber für den Endanwender, ich spreche da explizit auch von mir selbst, ich habe es völlig aufgegeben, zu versuchen, meine Fotos in den Griff zu bekommen, weil es einfach ein absolut aussichtsloses Unterfangen ist, außer du machst wirklich das als Beruf. Also du setzt dich morgens, Montagmorgen um 8 Uhr hin und dann sortierst du bis 18 Uhr deine Fotos und dann machst du wieder mehr Fotos und am Dienstagmorgen hängst dich um 8 Uhr wieder hin und sortierst wieder bis 18 Uhr Fotos. Weil es geht nicht anders, wenn du echt anfängst, deine Tags zu vergeben und die wirklich ernsthaft zu sortieren und auszusortieren, welche du aufheben willst. Und so beschrieben, kannst du völlig verhacken. Du bist nicht in der Lage dazu. Aber das eine Feature, was es früher nicht gab und was jetzt jedes Bild vom iPhone hat, ist der GPS-Tag. Und damit kannst du eigentlich, und das macht ja Fotos auf dem iPhone sowieso automatisch, das nach Orten gruppieren und auch auf der Karte durchsuchbar machen, von alleine. Und das ist alleine schon so eine Hilfe, wo du halt vorher nur so eine Wand aus Thumbnails hattest. So am Meer müsste blau sein, so ungefähr. Aber das ist ja schon ein riesen Fortschritt. Also wenn ich mir jetzt nur irgendwie meine Instagram-Weltkarte anschaue, das ist ja schon völlig easy, da irgendwas wiederzufinden. Und ob da jetzt 100 Bilder im Instagram sind oder 10.000, ist wurscht, weil du kannst es anhand des Orts wiederfinden. Ja, genau. Der Ort ist schon extrem wichtig. Und das hat ja iPhoto auch schon ein bisschen, ja schon lange auch gemacht. Und zusätzlich noch diese automatischen Events, dass du halt sagen kannst, ja okay, trenn halt die Events nach Tag, weil das oft eine ganz nützliche Basissortierung ist. Das übers Datum und automatisch einfach, du an einem Tag fotografierst du eine Sache und am nächsten Tag, beim Urlaub geht es natürlich schon wieder ein bisschen kreuz und quer. Aber dann ist natürlich ein Tag immer eine andere Einheit. Aber das war ja nicht so dumm, diese Ansätze. Und in denen dann noch suchen zu können, ist ja auch gut, dass du sagen kannst, ja so wie jetzt halt für iOS 8, dann suchst du halt nach einem Ort oder suchst halt einen Ortsnamen oder iOS 8, oder so wie auch die ganzen, was halt die Backup-Dienste, oder wie hieß der, der so traurig den Bach runtergegangen ist. Everpix, war das Everpix? Everpix, ja. Ja, die hatten doch auch dieses Schöne so hier, Fotos, die du vor einem Jahr gemacht hast, Fotos, die du vor drei Jahren gemacht hast, wo du einfach so eine lustige, so alten Kram rauszerren Geschichte hast, die ja ein bisschen ein Spiel ist, weil die keinen ernsthaften Nutzen sozusagen liefert, aber dich so daran erinnert, oh lustig, das habe ich vor einem Jahr gemacht, dann stöberst du vielleicht nochmal ein paar in den Fotos rum. Die dich zum Anschauen hat anregt. Ja, genau, die dir einfach genau so einen spielerischen Umgang mit diesem stets wachsenden Berg an Fotos ermöglicht und ohne, dass du die sortieren musst, sondern das reicht halt einfach, das ist ja mit Orts- und Zeitstempel und so weiter versehen und damit, also da hoffe ich drauf, weil das muss gelöst, das ist das Problem, wir haben das Cloud-Problem, dass die Sachen auf allen Geräten sein müssen und gesichert sein müssen und dann brauchen wir eine Suchfunktion, dass du auch wieder da hinkommst, wo du hin willst. Ja, du musst es so sehen, das sind die Probleme, die im Fokus stehen, ja, für die meisten Anwender einfach und eine professionelle Fotosoftware, die gegen einen derzeit dominanten Konkurrenten, die ist einfach kein Fokus im Moment. Dass Apple da jetzt irgendwie, also man muss es eher so bewerten, meiner Meinung nach, dass Apple aus dem Bereich einfach so aussteigt und sagt, okay, das Talent, was wir da drauf verwendet haben, das können wir ganz gut nutzen in unserer vereinheitlichten Strategie jetzt erstmal. Ich meine, ich glaube, sowas wie, so, keine Ahnung, Raw-Bearbeitung, das wird auch in diese Fotos dann auftauchen, das kann ich mir gut vorstellen, aber es wird nicht konkurrieren mit einem Lightroom wahrscheinlich. Dass Apple dann irgendwann später mal sagen kann, ja, wir wollen mal wieder in diesem, so wie sie in dem Videoschnittbereich sind mit Final Cut, wir wollen mal wieder im professionellen Fotobereich und dann irgendwie eine eigene abmachen. Das steht, glaube ich, das steht immer zur Option, aber jetzt diese Konsolidierung zu machen, um die Probleme der meisten erstmal anzugehen und Fotos ist einfach so ein zu wichtiges Thema, um das irgendwie nicht richtig anzugehen. Das ist wahrscheinlich so die Motivation, die dahinter steckt. Und ich würde jetzt auch mir nicht allzu große Sorgen machen, wenn jetzt so eine Software sozusagen wegbricht. Zum einen kann man sie ja noch verwenden. Für eine Weile zumindest. Und zum anderen muss man, glaube ich, auch immer sehen, wenn so eine Software einem wegbricht oder man kann sie nicht mehr benutzen, aus irgendwelchen Gründen, weiß ich nicht, weil neue Hardware oder du hast irgendeine alte Power-PC-Hardware-Software und die konntest du nicht auf Intel mitnehmen oder Google Reader wird zugemacht. Die erste Reaktion ist oft so, um Gottes Willen, ich kann jetzt nicht mehr arbeiten, ich kann nichts mehr tun, die Welt hört sich auf zu drehen. Aber es ist ja meistens dann doch nicht so. Meistens ist es besser sogar, weil du irgendwie dazu gezwungen bist, deine Einläufe, deine Arbeitsabläufe irgendwie aufzubrechen und wieder neu zu erfinden und so. Ich sage dir hier, dieses Fotos wird nicht irgendwie skriptbar sein oder so. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also da wird kein Workflow entstehen, wie vielleicht Leute jetzt das in Aperture machen oder so. Deswegen, also für die Leute ist das dann vielleicht auch nichts. Aber ich glaube, da kommt meistens was Gutes bei raus. Weil wenn du ewig, du könntest noch zwei, drei Jahre auf Aperture sitzen, das wird dann einfach nur noch langsamer und es passiert nichts mehr. Ja, das finde ich besser, ja. Es muss aufhören jetzt. Also ich, ja. Und ich habe halt, also zum Beispiel jetzt mit Audio, ich habe sehr lange mit Audition geschnitten, die Sendung und sowas. und das habe ich mir dann einfach hier, als ich dieses neue MacBook Pro gekauft habe, dort nicht mehr installiert. Ich habe gesagt, ich versuche mal was anderes. Und habe halt dann eine Weile mit Reaper rumgetan und das hat auch funktioniert. Hat halt seine eigenen Probleme so vor allem im Augenbereich gehabt, weil man das da anschauen musste. Das ist ja Audio-Software. Das ist eben Audio-Software, da muss man nicht, das ist auch egal. Und habe halt jetzt im Laufe der Zeit, Anfang des Jahres halt mir auch was eigenes geschrieben und das halt irgendwie an Final Cut dran geschraubt. Und habe da halt jetzt einen Workflow, der mir gleichzeitig Audio und Video macht. Und das hatte ich vorher nicht. Und deswegen haben wir jetzt eben die hübschen Clips auf YouTube und den ganzen Kram, was es vorher so nicht gab oder beziehungsweise was ich von Hand machen konnte. Und dieses Audition einfach mal liegen lassen, hat sich für mich jetzt schon mal extrem gelohnt. Und neben Lightroom gibt es ja auch noch ein, zwei andere Software-Pakete, die sich in die Richtung orientieren. Also wenn man wirklich eine komplette Adobe-Allergie hat, was ich auch ein bisschen verstehen kann, dann kann man sich auch noch umschauen, was es sonst noch gibt. Ich weiß jetzt nichts, aber es wird sicherlich noch mehr geben als ein Programm auf der Welt, nehme ich mal an. Sagt mir dann Chris nächste Woche, nee, gibt nur Lightroom. Ein einziger Fehler an der Sendung, es gibt nur Lightroom. Auf Gedeih und Verderb. Ja, wenn du wirklich, ich meine, du kannst im Finder sortieren. Es gibt Leute, die haben ihre Folderstruktur für ihre Fotos seit 1870 und das geht immer noch, ja. Ja, klar. Das ist echt ein schwieriges Thema. Ich bin jetzt zurück zur Folderstruktur. Was passiert denn, wenn dein iPhone voll ist? Kein Speicherplatz mehr. Wo kommen die Fotos denn hin? Also deswegen, es gibt, da mit Zusammenhängen gibt es echt viele Probleme. Ja, ja. Von vorne bis hinten. Ja. Und deswegen ist es ganz gut, dass das mal irgendwie neu aufgerollt wird. Ja. Und es trägt ja auch doch sehr stark dem Rechnung, der Annahme zu sagen, okay, ein großer Prozentsatz der Leute schießt einen großen Prozentsatz ihrer Fotos mit dem iPhone und mit keiner anderen Kamera. Und weißt du was, das ist echt schade. Also ich habe ja dieses Systemmoment, dass ich die dann auf dem Rechner runterspiele. Und da verschimmeln die halt in so Ordnern. Ja. Ich schaue die dann nicht an. Es gibt, also das ist, das ist echt eine... Das ist einfach... Ja, es ist so... Wirkliche Archivierung. Es ist ja gar keine Sammelwut oder so. Es ist einfach weg aus dem Blickfeld. Und daher... Ich habe zum Beispiel das ganz furchtbare Problem. Ich kann mit dem Burst-Modus vom FES, ich kann mit dem nicht umgehen. Weil ich benutze den andauernd, aber ich bin nicht in der Lage, Fotos auszusortieren. Ich kann mich nicht entscheiden, welche ich als Favoriten sortieren soll. Ich finde die, die vorausgewählt sind, immer falsch, kann mich aber für keine anderen entscheiden. Fazit, ich habe immer alle und hebe immer alle auf. Richtig. Katastrophe. Das heißt, ich habe einfach plötzlich seit diesem Burst-Modus, hat sich meine Zahl meiner Fotos hat sich ver-x-facht. Ja. Und ich bin nicht in der Lage, die auszusortieren. Ich finde das einfach nicht. Das geht nicht. Wenn die Vorschläge super wären, dann wäre es ja okay. Genau. Dann würde ich einfach immer die nehmen. Die sind halt leider nicht immer die, die scharf sind. Die sind immer falsch. Die sind immer falsch, die Vorschläge. Ich weiß ganz genau, wovon du sprichst, aber das ist immer so ein Kick, weil du gehst in diese Favoritenauswahl rein und ich setze dann zwei, drei schnelle Haken, mehr nicht. Ja, aus dem Bauch. Aus dem Bauch und sag dann irgendwie, okay, die anderen weg. Und jetzt löschen. Und dann sind die auch aus deinem Auge schon weg. Aber ich denke mir immer, es macht so ein nettes Daumenkino. Ja, ja. Das wäre ein super GIF, wenn man da ein GIF draus macht. Machst du aber dann nie. Du machst dann nie GIF draus. Und die Katastrophe ist nämlich hier auch mit meinem Set da zum Beispiel, wenn ich vergesse, ein Burst-Foto auszusortieren. Mein Image-Capture-Dings, das importiert dann halt alle 150 Burst-Foto-Aufnahmen. Ja, da muss alles. Kaputt. Ja, das ist schwierig. Ja, man muss sich da, das ist natürlich auch, auch das ist natürlich eine Nutzer-Geschichte. Und ich bin da, renne da wirklich voll rein. Also, hab wirklich die Schwierigkeit, bin da noch, was Fotos angeht, in so einem völligen Zwang, die allesamt aufzuheben. Und das ist nun kein gutes Ende, ja, mit Burst-Modus und Dauer-Dingern. Die Katze unmöglich alles aufheben. Nee, das hat sich ja sowieso verändert, diese Herausforderung, sich auszuwählen, was man behalten will. Es bräuchte halt vielleicht auch einfach wieder so ein neues Everpix, was einfach alle deine Fotos nimmt, so wie es Amazon verspricht für das Fire Phone, nur halt in richtig und wirklich für alles. Das müsste halt von einem von diesen großen, wolkigen Anbietern kommen, dass also Apple oder Google oder Facebook sagt, also Facebook sagt das ja mehr oder weniger, du kannst ja alles dort reinschieben. Sie versprechen ja nicht, dass es wieder zurückkommt, ja, also das Versprechen ist nicht, dass das dauerhaft verfügbar ist, aber das nutzen ja Leute auch so. Habe ich den Eindruck. Also auch gerade die, die man wieder muten möchte in Facebook, einfach alles. Und hier ist so ein Heftig-Link. Ja. Ja, also, aber das ist ja auch, ich glaube, da hattet ihr es letzte Woche auch in der Sendung von dieser Grundproblematik. Willst du wirklich alle deine Fotos in die Cloud werfen? Und jetzt egal, ob die zu Apple oder ich meine, ich habe die Dienste ab Everpix, habe ich zumindest auch mal ausprobiert. Und viele von den anderen, zumindest mal angeschaut, dann auch nicht alles da hochgeladen. Bei Everpix konnte man ja sehr schön auswählen, dass du irgendwie sagst, ja, nimm nur das und das und baller jetzt nicht gleich meine komplette iPhoto-Bibliothek da hoch. Also die Vorstellung, ich weiß auch nicht, jetzt mal abgesehen von dieser Vertrauensfrage an den spezifischen Anbieter, den man dann wählt oder nicht wählt. Aber ich meine, ja, will ich wirklich alle meine komplette, alle meine Fotos und Videos irgendwo in der Cloud rumfläuchten haben? Auf jeden Fall. Das heißt ja, es heißt ja nicht irgendwie Small Data, es heißt ja Big Data. Alles. Ja, genau. Ja, weil alles. Also alles, alles. Ja, alles. Ja, aber alles, alles, alles. Also es ist schon super creepy. Nun gut, ich muss...